Hier gibt es das Rioland. Es hat leider nicht zu viele Kinder dasein, aber es ist richtig groß, ein eigenes Gebäude, da haben wir dann den Kitzklub, hier raus kann man dann schauen, wie von Kulia auf die Kühe und hier, das ist alles Kinderklub mit den kleinen Waschbächen und den Tonnetzweh, einfach super schön gemacht und da ist der Brunblatt von Tweedens Cavalier.